HSV-Geheimfavorit in Liga 2, okay, das müsste es, Schalke und Hertha, das müsste es sein, ich habe es noch nicht gesehen, geht 26 Minuten, das ziehen wir uns jetzt ganz entspannt rein, von letzter Woche glaube ich, unter anderem Nico Beckspin, wer sich ein bisschen im Rap-Bereich auskennt, kennt ihn auf jeden Fall, ist glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ist er HSV-Fan? Ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, krass, dass sie den hier einladen, ist ja vorrangig vor allem Hip-Hop-Journalist, aber mal gucken, wir gucken uns mal an, was er so für ein Wissen im Fußballbereich für unsere Empfinden mitbringt, also HSV-Geheimfavorit in Liga 2, deshalb Probleme bei Schalke und Hertha, Adbrowski, let's go, das war natürlich vor vielen Verpflichtungen, die jetzt noch fehlen, muss man dazu sagen, da konnten die einiges noch nicht wissen von uns, ist Baumgartel bei Schalke eigentlich mittlerweile durch? Bremen-Fan ist der, ich dachte, der wohnt in Hamburg, okay, Bremen-Fan. Ah, Grüße an Jogi Hebel, bester Mann. ... geht es in der zweiten bereits Ende des Monats wieder los und die Liga steht nach den Abstiegen von Hertha BSC und dem FC Schalke 04 wieder besonders unter Beobachtung. Mit dem HSV, Kaiserslautern, Düsseldorf oder St. Pauli lauern aber noch andere. Ich sag wirklich, also vielleicht täusche ich mich komplett, aber ich glaube nicht daran, dass Kaiserslautern oben mitspielt, ich glaube, die spielen unten mit. ... große Vereine auf die Möglichkeit, endlich wieder aufzusteigen. Ist noch nicht durch, ne, mit, äh, mit Baumgartel. ... noch gefährlich werden kann und welche realistischen Chancen Schalke und Hertha haben, das und mehr jetzt bei Adbrowski. Wir sind zurück bei Adbrowski und reden über die zweite... Ja, wo ist Magdeburg? Hallo? Geheim-Favorit? ... bei der Bundesliga und nachdem Nico hier gerade ein Einstiegsplädoyer für die beste zweite Liga aller Zeiten gehalten hat... Kann man so sagen. Kommen wir jetzt dazu... Habe ich zwar schon öfter gehört, aber jetzt, wo wir dabei sind, kann man das sagen, oder? Gut, Nico, wir haben mit dem Hamburger Sportverein, ein Verein, der jetzt zum sechsten Mal in Folge den Weg in der zweiten Liga bestreiten muss, zweimal hintereinander ist man in der Relegation gescheitert, als letztes jetzt eben wieder gegen Stuttgart, nachdem man sich ja eigentlich schon gefreut hat, aufgestiegen zu sein. Die Heidenheimer hatten was dagegen. Klappt es denn dieses Jahr mit einem Aufstieg des HSVs? Also, ich finde es schwieriger als letztes Jahr. Das ist, glaube ich, auch keine Frage bei den Absteigern, die gekommen sind. Und die Gesamtsituation im Verein ist auch immer wieder ein bisschen absurd. Denn jetzt haben wir gerade wieder einen Mäzen an der Seite, der... Ey, sorry, aber ich... Kennt ihr diesen... Kennt ihr diesen Stupido? Der hat früher immer so Interviews zusammengeschnitten, sodass ein anderer Kontext entstanden ist. Und da gab es einmal dieses legendäre Flair-Interview, was er hier Nico geführt hat. Ich muss einfach daran denken, wie er ihn zusammengeschnitten hat. Das ist so legendär. Weiß nicht, ob ihr es kennt, aber da muss ich einfach gerade dran denken. Das Magdeburg-Ding fällt dir so auf die Füße. Ach, ich habe auch Stuttgart letztes Jahr auf acht getippt. Dann ist es halt so. Geld in die Hand nehmen, um den Verein zu unterstützen. Und das macht er ausgerechnet in dem Jahr, wenn zwei Schwergewichte aus der ersten Liga absteigen, die definitiv dieses Rennen mitgehen können. Und dazu kommt, und ich rede aber gerne drüber, und es scheint etwas in den Köpfen zu stecken. Das ist dann die Situation am letzten Spieltag, letzte Saison. Und da gibt es einige in den letzten Jahren, wo dem HSV immer... Gut, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, konnte ja der HSV nicht mehr machen, als zu gewinnen. Also das könnte denen jetzt natürlich in den Köpfen stecken, weil sie es dann wieder nicht geschafft haben. Oder in der Relegation hat es ihnen in den Köpfen gesteckt. Aber am letzten Spieltag musste HSV gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen. In den entscheidenden Situationen, die ein paar Prozent gefehlt haben. Was ich spannend finde, ist, dass sie weiter an Trainer und am Gesamtkonstrukt festhalten. Denn das ist auch etwas, was wir beim HSV jahre lang nicht gesehen haben. Sondern sie wollen versuchen, irgendwie Konstanz zu schaffen. Ob das am Ende reicht, wage ich im Moment trotzdem zu bezweifeln. Und dann wird es vielleicht Platz drei und die dritte Relegation. Hat ja Nico für den HSV auch getippt, ne? In der Saisonprognose. Wenn ihr die nicht geguckt habt, gönnt euch die morgen gerne mal. Patrick, hast du Hoffnung? Hört sich jetzt so ein bisschen übertrieben an, aber denkst du, die Hamburger können auch ganz oben wieder mitmischen? Ja klar, auf jeden Fall. Also ich denke das schon. Das ist der von Sport1, glaube ich, oder? Dass er auch eine gute Mannschaft hat. Bin gespannt, wie das mit Tim Walter funktioniert. Also da kann es halt auch ganz schnell mal passieren, wenn du, weiß ich nicht, in so einen Negativstrudel gerätst, gerade am Anfang, dass da in Hamburg alle die Nerven verlieren. Da gehe ich mit. Ich habe zwar gesagt, HSV steigt direkt auf, aber ich habe gesagt, kommt morgen, wie gesagt, in dem Video von Kickoff, wo ich dabei bin, von Thiele. Fällt mir bestimmt auch auf die Füße, aber ich habe gesagt, Tim Walter ist der erste Trainer, der entlassen wird. Wobei es eigentlich gar keinen Sinn macht, habe ich ja mir selber auch gedacht, weil Hamburg hat da als erster ja den Kader zusammen und Hamburg hat jetzt nach zweimal Nichtaufstieg mit Walter wieder an ihm festgehalten. Also wieso sollten, man könnte jetzt, meine Argumentation war, der ist jetzt angezählt, wenn es am Anfang dann nicht klappt, spielen gegen Schalke und Hertha in den beiden ersten Heimspielen, wenn es nicht klappt, dann fliegt er relativ schnell. Aber dann hätten sie sich ja auch vor der Saison trennen können. Ich bleibe einfach bei meiner Aussage. Ich sage, Tim Walter ist der erste Trainer, der fliegt. Da gehe ich hier mit Patrick Berger, danke, mit. Wenn man ganz schnell geht. Also er hat es nicht so gesagt, aber er sagt, dass es da ganz schnell Probleme geben kann. Aber was man so hört, kommt da in der Mannschaft zumindest ganz gut an. Ja, mache ich, aber es ist ja noch nicht online. Jonas Bolt, finde ich, ist das ein ganz gutes Team. Aber die Frage ist halt, wie ruhig das Umfeld bleibt oder eben nicht ruhig. Ich war am letzten Spiel gegen Stuttgart im Stadion im Volkspark. Ich glaube, das waren wirklich die lautesten 20 Minuten, die ich in den letzten fünf, sechs Jahren überhaupt irgendwo gehört habe. Und ich war in den letzten fünf, sechs Jahren in echt vielen Fußballstadien. Das war so eine Megastimmung. Und wenn man das schafft, eben diese Stimmung, ähnlich wie bei euch Schalkern auch in dieser Zweitliga-Saison, so komplett hinter sich zu bekommen, die Stadt ist, klar gibt es St. Paul. Rap wie über Hakeem, genau. Die Stadt ist, würde ich sagen, schon überwiegend blau-weiß. Es ist einfach so, ich habe selbst in der Stadt gelebt. Und natürlich ist der HSV auf jeden Fall ein Anwärter, da hochzugehen. Genauso wie deine Schalker auch. Sind die nicht blau-schwarz-weiß? Oder was sind die Vereinsfarmen? Oder mit rot noch? Ich weiß gar nicht. Nennen die sich auch blau-weiß? Und ich glaube auch wie die Lautra. Die habe ich nämlich als Geheimtipp, aber er hört das. Nee, nee, gehe ich gar nicht mit. So gerne. Will das nicht so wahrhaben. Da rennen wir gleich noch drüber. Da kommst du nicht raus. Müssen wir machen. Machen wir. Vielleicht wird es auch mit Dirk Schuster, der Aufstiegstrainer. Wäre natürlich für Kaiserslautern eine geile Sache. Aber ich glaube da null dran. Der Hamburger Sportverein hat sich ja auch verstärkt. Öztunali hat man bekommen. Ja, Franz könnte sein. Magath irgendwann nochmal beim HSV. Der scharrt ja mit den Hufen. Bringt sich immer wieder ins Spiel. Er hat ja auch irgendwie nochmal über Hertha gesprochen. Blau-weiß-schwarz sind die Farben, würde ich auch sagen. Eigentlich nur einen nennenswerten Abgang mit Kittel. Ja genau, also deswegen. Ich finde Ferrai stark. Kenne ich noch aus Dortmund. Hat den Sprung eben ganz hoch. Nicht so geschafft. Hat er mit Mino Raiola, aber auch einen sehr, sehr bekannten Berater. Und der holt sich ja nicht... Mino Raiola war der Berater von Ferrai. Wusste ich auch noch nicht. Interessant. Der hat sich, rest in peace, der hat sich natürlich nur die Talente unter den Talenten geholt. Klar. Jemanden, wenn er nicht was in ihm sieht. Deswegen finde ich Ferrai schon extrem stark. Ja stimmt, Rothosen nennt man die Hamburger eigentlich. Und ja. Diesen Hatzikar Dunic kann ich gar nicht einschätzen. Öztunali hat mich nie wirklich überzeugt. Aber als Kaderergänzung klar. Ramos haben sie noch dazu geholt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der zwangsläufig Stamm spielt. Ansonsten die Abgänge auf jeden Fall zu verkraften. Und wenn Immanuel Ferrai ansatzweise das bringen kann, was er defensiv und offensiv in Braunschweig gebracht hat, dann ist er eine absolute Bereicherung. Auch wenn Sonny Kittel natürlich immer einer der wichtigsten Scorer war bei Hamburg. Das Vorder auf jeden Fall ganz gut gerüstet. Christiana, Hamburg. Es kann einem mittlerweile dann doch ein bisschen leid tun. Jahrelang hat man irgendwo auch zu Recht über Hamburg gelacht. Aber mittlerweile wünscht man sich es dann doch eigentlich, dass es irgendwann mal passiert, oder? Ja, man wünscht ihnen jedenfalls nicht noch einen weiteren Nicht-Aufsicht. Wer ist das? Müsst ihr mich unterrichten, Chat? Also, das war schon sehr, sehr bitter in der Relegation. Wobei ich auch da sagen muss, da war halt Stuttgart einfach dann doch wieder das stärkere Team. Da hat man dann doch auch wieder die Unterschiede gemerkt, auch qualitativ zwischen 1. und 2. Bundesliga. Absolut. Ich bin auch sehr aufgeregt für Samstag, Kebibu. Und deswegen, ich glaube, es wird schwer jetzt in der kommenden Saison, da direkt hochzugehen. Sie ist von OneFootball und elf Freunde. Wie heißt sie? Eigentlich das Ziel sein, dass du nicht wieder in der Relegation landest. Ich frage mich, wie sie mental das halt abschütteln. Tiziana Hölle. Höll. Tiziana Hölle. Ein Name sagt mir auch irgendwas. So diese Negativerfahrung, weil es sind ja, die meisten Spieler sind geblieben, jetzt aus dieser Relegation, ob sie das halt jetzt schon so schnell eben wieder ablegen können. Aber seht ihr den Kader von Hamburg so viel schlechter als den zum Beispiel von Schalke oder der Hertha? Aber den Vorteil, den sie natürlich haben, ist, dass einfach die Truppe wirklich bis auf ein, zwei Ausnahmen ja komplett zusammengeblieben ist. Ich finde, Hamburg hat, wenn ich jetzt nur auf den Kader gucke, erst mal ohne die Spiele gesehen zu haben, Trainer ist wieder eine andere Geschichte. Aber vom Kader her würde ich jetzt, Stand jetzt erst mal sagen, den besten Kader in der zweiten Liga. Wenn du anguckst, da gibt es eine komplett neue Achse im Mittelfeld. Bei Hertha weiß man noch gar nicht, wer dann am Ende bleiben wird, wer wie zusammen spielen wird. Ich meine, Hamburg muss ja diese Stärke des Zusammenhalts, dass die Truppe eben noch beisammen ist, das müssen sie eigentlich nutzen. Ich gucke mich alle so an, also ich finde, ich finde die Mannschaft ist stark, ich finde die auch letztes Jahr schon stark und ich finde, dass die auch, und das ging schon in der. Ja, würde ich auch sagen, das finde ich besser als Hertha und Schalke, Stand jetzt. ...davor, los, sehr gut zusammengewachsen ist und das ist auf jeden Fall etwas, was ich diesem Verein auch dazu halte, dass sie auf jeden Fall eine Rolle spielen werden. Ich habe nur das Gefühl, und im Moment kann ich nicht einschätzen für mich persönlich, ob der Schalker Kader stärker ist als der vom HSV oder von Hertha und umgekehrt. Ich glaube aber, dass diese beiden Vereine noch mehr Möglichkeiten haben werden, entscheidend zu verstärken. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Hamburg durch diese Spritze, wie gesagt, von Kühne, dieses Darlehen, was ich auch in Anteile umwandeln kann, glaube ich 2,28 zu, was war das, 3,5 Prozent Darlehen. Ich glaube, dass sie dadurch, auch wenn das nicht für Transferaktivitäten vorgesehen ist, habe ich heute auch im Video gesagt, im Hintergrund so viel Spielraum bekommen, weil sie ja, als Beispiel jetzt, irgendein Beispiel, ich weiß nicht, was sie damit vorhaben, aber wenn du normalerweise Geld zurücklegen musst, weil du irgendwie in die Infrastruktur investieren willst oder musst, dann fehlt dir dieses Transfers ja irgendwo in einer anderen Ecke vom Club, zum Beispiel für Transfers. Und dieses Problem haben sie nicht, selbst wenn sie das Geld woanders für rein investieren. Also können sie das Geld, was zur Verfügung steht, für Transfers auch ausgeben. Ich glaube fast. Gut, Schalke hat jetzt für 6 Millionen Salazar verkauft. Das bringt auch noch, oder 5 Millionen plus Boni kriegt auch noch mal ein bisschen Geld dadurch, hat Bülter verkauft. Aber auf jeden Fall schätze ich Hertha derzeit. Und derzeit, es kann sich auch wieder ändern, wenn wir doch noch einen guten Verkauf landen, sehe ich derzeit den HSV sogar, aber es ist nur von außen betrachtet, vielleicht liegt er auch falsch, finanziell besser dargestellt, zumindest als Hertha. Ich weiß nicht, wie es bei Schalke ist. Hamburg hat auf jeden Fall den besten Kader, sagt Luke aus der 2. Liga. Was den Trainer angeht, würde ich zweifeln, aber vielleicht ist es auch sinnvoll, den Trainer zu halten. Und falls sie es doch beim 3. Anlauf schaffen sollten, ihn dann in der 1. Liga zu wechseln. Vielleicht funktioniert ja der Tim-Walter-Fußball, ist ja immer auch alles spielerische hinten auch zu lösen. Vielleicht funktioniert das ja sogar in der Bundesliga besser als in der 2. Liga. Funktioniert. Oder aber man fährt komplett an die Wand. Und der zweite Faktor, den ich in dieser Liga, und wir reden ja über einzelne Vereine gerade, aber den ich viel entscheidender finde, ist, dass wir halt wirklich 5, 6, 7 Mannschaften haben. Genau wie auch wieder vor zwei Jahren, die entscheidend mitspielen werden in der Frage, wer sind denn am Ende die ersten beiden. Und da ist Düsseldorf dabei, der finde ich auch, ist Kaiserslautern dabei. Ich will mal gespürt. Ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir jetzt auch voll auf den Sack, aber ich sehe Düsseldorf nicht so weit oben. Die haben die Testspiele gut beschritten und wie gesagt unter anderem gegen Bochum 3-1 gewonnen, aber was Testspieler aussagen, sei mal dahingestellt, wie gesagt, die Abgänge von Düsseldorf finde ich schwerwiegend. Aber vielleicht verpflichten sie ja auch noch. Ist ja auch da möglich, dass sie noch Spieler verpflichten. Und Kaiserslautern, wie gesagt, sich über auf jeden Fall nicht oben. Was seine Gegenargumente nachher sind, St. Pauli hat einfach eine überragende Rückrunde gespielt, die werden auch wieder eine Rolle spielen. Paderborn mit Max Kruse? Und da wollte ich gerade darauf hinaus. Und wir reden nicht über Paderborn, die Max Kruse haben, der 100-prozentig... Haben aber auch Justwan und Piringer verloren, muss man dazu sagen. Also wir hatten ein halbes Jahr nicht gespielt, aber in dieser zweiten Liga bleibe ich dabei, mit seinem Auge einen Unterschied machen wird. Und dann in dieser Konstellation als HSV, das passt nicht. Also wenn sie es schaffen, ich freue mich. Da bin ich ja auch soweit. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, wenn der HSV aufsteigt, ich freue mich komplett in die erste Liga. Aber ich glaube nicht dran. Damit glaubst du dran? Ich finde, sie haben die letzte Saison sehr gut analysiert. Wer ist das nochmal? Den kenne ich auch irgendwoher. Wir haben gerade davor gesprochen, wer bleibt in der Bundesliga, Darmstadt. Genau, Bochum war ja zwei Wochen später in der Vorbereitungsphase. Vielleicht waren die gerade in der Kondi-Phase oder so. Heidenheim und wenn wir gucken, wer in den letzten Jahren mal aufgestiegen ist, ob es Kreuter Fürth war, Bielefeld hat es mal geschafft, Bochum hat es geschafft und die haben es in der Regel geschafft mit eingespielten Teams. Jetzt nehmen wir mal die ganz großen... Ach, das ist Sami Arabi von Bielefeld, der ehemalige Sportchef, ne? Klubs aus, die mal abgestiegen sind, wie der VfB Stuttgart, die hatten in den Jahren einfach eine Bundesliga-Mannschaft. Und der HSV jetzt nach so vielen Jahren, sie haben es ja selber gesagt, auch wenn die wirtschaftlichen Möglichkeiten... Ich sage mal, sie sind ein anderthalb-Ligist, nicht so sind wie bei den anderen Zweitligisten. Aber sie haben die Mannschaft zusammengehalten. Sie haben letztes Jahr in sehr, sehr vielen Spielen Probleme gehabt, wo sie auf der Sechs, wenn Meffert nicht spielen konnte, jetzt wollen sie auf der Sechs nachlegen. Man hört, dass sie mit El Fatli von Magdeburg klar sind. Sie haben den K... Es hat sich aber irgendwie mittlerweile auch wieder erledigt, dass Magdeburg den irgendwie nicht gehen lassen will, ne? Zusammenge... Deswegen könnte es ja auch sein, auch wenn Karbovnik ein anderer Spieler-Typ ist, doch mehr Offensivstärken hat als El Fatli, würde ich so einschätzen zumindest. Könnte es natürlich auch sein, dass die Karbovnik auch für zentrale Defensive mit der Feltolim, wenn sie noch einen Sechser wollen, wobei sie auf der Linksverteidiger-Position auch weiterhin Vakanz haben. Aber auch Maximilian Wittek ist ja weiterhin so im Dunstkreis von Bundesligisten und Zweitligisten sicherlich. Sie haben auch, wenn man im Offensivbereich nachlegen möchte, egal ob sie haben die Ausstiegsklausel von Reis geschafft, dass er sie nicht zieht, haben jetzt Ferreira auch noch einen offensiven Spieler, sodass du in der zweiten Liga in der Endphase noch mal nachlegen kannst. Sie haben aus Bielefeld mit Guilherme Ramos noch einen Innenverteidiger dazu genommen. Ich glaube aber auch, die Ausstiegsklausel von Reis habe ich ja damals schon gesagt, siebeneinhalb Millionen. Ich finde ihn ein super Spieler. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in der Bundesliga funktionieren würde, aber ich hatte halt keinen Klub gesehen, da wo er hingepasst hätte, der so viel Geld für ihn ausgegeben hätte. Wenn du so siehst, Tom Kraus vielleicht, vier Millionen hat er gekostet, dann zahlt doch keiner für Ludwig Reis, der trotzdem super Spieler ist, auch Potenzial, siebeneinhalb Millionen. So soll ja die Ausstiegsklausel gewesen sein. Aufgrund der Doping-Thematik, ja ein Spieler, den sie lange nicht einsetzen konnten. Also finde ich, sie haben das Gerüst zusammengehalten, haben nochmal richtig Qualität nachgeholt. Das finde ich, haben sie sehr schlau gemacht und ich sehe das anders. Ich glaube, dass der HSV nächstes Jahr im positiven Sinne fällig ist und das dann schaffen kann, weil sie auch eins geschafft haben, nämlich... Ich habe es schon vorhin gesagt, wenn man mich fragt, entweder oder, ich finde beide geil, ich hätte beide gerne, aber wenn man mich fragt, entweder oder, würde ich glaube ich Dämme nehmen aufgrund der Erfahrung und nochmal ein bisschen gestandener, auch wenn du da nicht das Weiterverkaufspotenzial und so hast, vielleicht sogar ein höheres Gehalt hast, aber für diese junge Mannschaft braucht es so eine Leute einfach. Du hast von den 20 Minuten da im Stadion erlebt, ich war letztes Jahr auch das ein oder andere Mal. Wann ist das letzte Mal ein Spieler aus der zweiten Liga für siebeneinhalb Millionen gewechselt? Die Fans, die stehen hinter diesem HSV und da kann eine Dynamik entstehen und nicht von einem Absteiger. Mit dem Kader jetzt keine Abgänge mehr, bin ich mir relativ sicher, dass sie es dann im sechsten Anlauf dann auch schaffen werden. Ganz im Gegensatz zu den anderen beiden Vereinen, wenn du von oben runterkommst, ich sehe die Mannschaften, aber auch da läuft die Transferperiode noch in beiden Klubs, die sehe ich nicht so weit und vor allem bei Hertha können wir noch genauer darauf eingehen, dass natürlich so viel Unruhe im Klub, wenn du so viel Unruhe im Klub hast, Andi Luthe wird es bestätigen können. Das fängt da an, die Unruhe im Klub und das überträgt sich am Ende auf die Mannschaft und das siehst du mit Verzögerung auf dem Spielfeld. Vor allem ganz interessant, was du sagst, dass man aus den Fehlern der letzten Saison gelernt hat. Bei Hamburg muss man eine Sache sagen, wofür Tim Walter natürlich auch steht, spielerisch war das ja schon immer wirklich auf absolutem Topniveau in der zweiten Liga. Wenn man jetzt noch schaut, dass man eben diese Defensivprobleme in den Griff bekommt, klar, aber es ist auch keine Lach- und Schießgesellschaft. Also, ob die in den nächsten sieben Jahren immer noch da hingehen und sagen, das ist alles Löwen haben wir doch geholt, als Nürnberg abgestiegen ist, glaube ich. Gut, aber am Ende steigen immer die anderen auf. Aber trotzdem, wenn sie den attraktiven Fußball beibehalten, vielleicht fragen wir mal auch jemanden, der auch nochmal gegen sie gespielt hat, vielleicht das eine oder andere mal hinten nicht ganz so risikoreich spielen, dann führt mit der Qualität, mit der Power des Stadions im sechsten Jahr kein Weg am HSV vorbei. Dann darfst du jetzt. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich meine, der Fußball, den sie spielen, den Tim Walther spielen, lässt es für die zweite Liga außergewöhnlich. Auch unheimlich schwer zu verteidigen, also wenn du dich auf die Mannschaft vorbereitest, dann hast du echt viel zu tun. Viel Videoanalyse. Ja, viel Videoanalyse. Also es ist ein außergewöhnlicher Ansatz. Weil die so unberechenbar sind? Sie spielen variabel, sie sind sehr mutig, sie haben viel Ballbesitz. Das ist für die zweite Liga schon außergewöhnlich und wenn sie zusammenbleiben, dann werden sie auch wieder eine gute Rolle spielen. Gerade im Rückspiel, da haben sie bei uns auf dem Betze 50.000 gespielt. Abendspiel, Flutlicht, es ging für sie um alles und wir konnten frei aufspielen. da hast du den Spielern angemerkt, dass sie nicht so frei sind vom Kopf, wie es hätte vielleicht eigentlich sein müssen. Aber klar, es ging auch um alles. Das Spiel haben sie 2-0 verloren bei uns und nicht, weil wir die bessere Mannschaft waren, sondern wir haben das gespielt, was uns stark macht und die Jungs vom HSV haben es mental nicht auf die Platte bekommen. Könnte halt wieder das Entscheidende sein. Also sie waren ja schon häufig lange weit oben mit dabei, sodass man dachte, die steigen jetzt auf und dann haben sie sich am Ende wieder eingerissen, wie auch die letzten Jahre wieder. Und unabhängig davon, dass Stuttgart natürlich eine krasse individuelle Qualität hat und mit Sebastian Hoeneß dann auch nochmal einen Umschwung hatte, fand ich auch, dass man gemerkt hat, haben natürlich auch früh das Gegentor kassiert durch Mavropanos, aber man hat auch gemerkt, dass sie da die Hosen voll hatten. Die sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, das sind spät, die ja 7-0 verlieren können oder so. Kann man einfach sagen. Aber ich finde auch, wenn sie zusammenbleiben, wenn sie bei dem Stil bleiben, das ist ja bekannt, was Tim Walther spielen lässt, dann werden sie eine gute Rolle spielen. Und da gehören sie zu den Top-4-Mannschaften, die sich darum streiten werden, am Ende aufzusteigen. Hundertprozentig. Wir haben passend zum Hamburger Sportverein auch noch ein Tweet eingeblendet von einem Zuschauer und zwar vom JKR 98. Schalke und Hamburg sind für mich die Top-Favoriten, aber der HSV wird es nur schaffen, wenn Tim Walther nicht nur stur an seinem 4-3-3 festhält und permanent so extrem risikoreich spielen lässt. Die Mannschaft wird sonst oft ausgekontert werden. Also eigentlich das Gegenteil zu dem, was du gesagt hast. Du meintest ja, du findest es gut, dass sie daran festhalten. Gar nicht. Also ich meine, dass sie anfällig sind bei Ballverlusten, gerade im Spielaufbau, ich glaube, das hat jeder gesehen. Konterabsicherung, ganz großes Thema. Also mein geschätzter Kollege im HSV-Tor hat teilweise Libre gespielt und war fast in der anderen Hälfte. Würde ich sogar mitgehen. Ich will ihn jetzt nicht zuvor zu viel loben, Reza, aber ich würde auch sagen, dass Reza besser ist als Dompey oder Jatta. Ja, also Dompey, also Jatta finde ich, ja, Tempo, aber alles andere, nee. Was schief geht, keine Frage, aber das ist ja akzeptiert. Also sie wissen ganz genau, dass sie dadurch mal ein Gegentor kassieren. Konterabsicherung, sage ich, hätte man verbessern müssen. Das ist auch eines der Dinge gewesen, dass ihnen sicherlich auch den Aufstieg gekostet hat so ein bisschen. Aber ich finde es gut, wenn du mutig an die Sache rangehst und das Spiel von hinten eröffnest. Alles gut. Und ich glaube, wenn sie die Konter... Ich würde bei Schalke nicht sagen, dass sie alles auf den 17-Jährigen setzen. Ich glaube einfach, dass für Schalke ein großer Vorteil sein kann, dass sie Thomas Reiß als Trainer haben, der schon mal mit Bochum aufgestiegen ist, der diese absolute Kämpfermentalität bringt, der nicht so einen Schnickschnack-Fußball spielt vielleicht oder nicht so einen analytisch tollen Fußball wie Hamburg, aber der die wichtigen Grundtugenden den Spielern einbläuen kann. Und ich finde, das passt zu Schalke, das passt auch zu dem Spielermaterial und das ist, glaube ich, deren größter Trumpf. Und sie haben sich auch für meine Begriffe mit richtigen Spielern verstärkt. Mal gucken, wie sie es dann machen werden, aber mit Schallenberg, mit Seguin. Und ja, muss man mal gucken, ob Polter oder Terodde dann vorne treffen, das wird auch noch ein entscheidender Faktor sein, natürlich. Sicherung so ein bisschen verbessern, dann werden sie da auch die nötigen Punkte holen, 100 Prozent. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft und es ist ausgewogen, über Jahre gewachsen. Es müsste in der zweiten Liga reichen, um unter die Top 4 zu kommen. Ich hoffe nicht, dass es dann der vierte am Ende wieder ist, weil das wäre bitter. Dann lass uns mal weitermachen in der zweiten Bundesliga. Wir kommen zum ersten Absteiger, Schalke 04, mit Hechelmann, ein neuer, starker Mann, wie er sich immer gewünscht wird auf Schalke jetzt am Werk. Musst ihr erstmal ein bisschen verkaufen, Böld hat den Verein verlassen. Jetzt hat man noch Salazar schweren Herzens abgegeben. Patrick, wie siehst du die Transferphase der Schalker bis jetzt? Ja, ich sehe es ein bisschen kritisch. Also ich finde es gut, dass man das Geld, auf was man natürlich angewiesen ist, als Schalke eingenommen hat. Mit Salazar und Böld da mal zusammengerechnet, ist man da ja deutlich bei über 10 Millionen, also 12 sowas um den Dreh. Vorausgesetzt die Bonis greifen, ja. Die Bonis, aber so wie ich das höre, ist das wohl realistisch, dass sie auch in Kraft treten. Bei Salazar, also bei Bölder, der wird richtig wehtun, weil es auch einer ist, in der Kabine wichtig ist, aber der auch gerade in der zweiten Liga sogar, finde ich, noch stärker ist, als in der ersten Liga, weil er auch jemand ist, der über Schnelligkeit, über Konter kommt, der mit seiner Wucht und Power kommt. Was, glaube ich, auch mit ihm? Klar, der kommt auch über die Grundtugenden. Ich hoffe, dass die League-Spieler das annehmen können. Heute hat der Benni Weber als Statement auch zu Loko Kee gesagt, dass er auch einer ist, der ein absoluter Mentalitätsspieler ist. Ich will das immer erst mal abwarten. Ob das dann tatsächlich so ist, das habe ich in den letzten Jahren viel zu oft gehört bei Verpflichtungen. Wenn es so ist, ist Dardai auf jeden Fall einer, wenn die Spieler mitziehen, der das absolut hinkriegt. Sehe ich auch so. Bei Union, das wird Schalke schon wehtun. Klar, wenn dann aber einer so viel bietet, muss das machen. Bei Salazar bin ich ein bisschen zwiegespalten. Klar, überragender Typ in dem wichtigen Spiel zu Hause, St. Pauli, wobei ich habe eben gesagt, HSV war eins der lautesten, das Spiel war auch richtig, richtig laut gegen St. Pauli. Das ist das entscheidende Spiel, wo Rodri eben das Tor gemacht hat. Dem trauer ich jetzt oder würde ich als Schalke-Fan aber nicht so extrem nachtrauern, weil das ist, ja, schon vielleicht irgendwo ein Unterschiedsspieler, für den jemanden ins Stadion geht, aber hat er jetzt in der Erstligasaison dann auch nicht mehr so richtig gezeigt. Und ob er das jetzt nochmal in der Zweiten gemacht hätte, setze ich mal ein Fragezeichen dran. Nichtsdestotrotz, es ist jemand gegangen, der irgendwo einen Unterschied ausmachen kann, ist mit Bildern ein wichtiger Spieler gegangen und du musst da einfach nachbessern. Und da finde ich ja, mit Segui, mit Tempelmann, damit meinte ich ja Bobic, ein bisschen was bekommen, was schon Qualität hat, aber ich bin noch nicht so richtig überzeugt. Ja, die hatte aber so ein bisschen recht, also die, klar, Salazar hat jetzt nicht so eine gute Saison gespielt oder am Anfang wurde er nicht eingesetzt, dann war er verletzt, aber für die zweite Liga wäre das natürlich ein absoluter Kreativspieler, sehe ich schon so. Auch ein Unterschiedsspieler, wenn er an die Form anknüpfen kann, wie die letzte Zweitligasaison. Aber da ist wirklich die Frage, wer wird der Kreativspieler so ein bisschen? Bin ich auch gespannt. Gehe ich ein bisschen mit hier bei dem Patrick Berger. Vorne so der Knipser, klar, Terodde hast du, das ist Mr. Zweite Liga. Ob er das wieder zeigen kann, da bin ich auch. Wobei Polter ja schon auch ein Spieler ist, den Reiß sehr präferiert. Auch ein bisschen fraglich und dann hast du Polter, jemanden, der sich voll reinhaut und hast noch irgendwie Karamann, aber da fehlt mir so der Knipser, der da irgendwie für Tore garantiert. Ich bin da ein bisschen skeptischer, natürlich will ich und hoffe es mir auch für die ganze Region, weil ich ja auch hier im Westen lebe, dass Schalke hochgeht, weil die in die Erste Liga gehören, aber ich sehe es ein bisschen kniffliger. Wie siehst du es denn? Wollte ich gerade sagen, eigentlich musst du den Part auch nicht sagen. Du musst ja eigentlich was sagen. Ich moderiere das Ding ja. Du moderierst das Ding ja? Ja, ich weiß nicht, ob man es merkt. Ja, ich merke es auf jeden Fall. Aber trotzdem eine absolut subjektive Einschätzung der Schalke 04-Saison hätte ich schon gerne von dir. Es wird eine 90-Punkte-Saison, sage ich immer. 90-Punkte? Da würde ich viel Geld gegenwetten, dass das nicht passiert. Super. Was denkst du, Nico? Du versuchst mit dem Ball wieder zurückzuspielen. Ja, natürlich. Das ist der Doppelpass. Die möchte ich auch bei Schalke sehen nächstes Jahr. Ja, also ich finde, das ist ein total offenes Spiel und das ist vollkommen richtig, dass du sagst, dass der HSV die bessere Ausgangsposition hat, weil die Mannschaft zusammengestellt ist. Und es ist auch vollkommen richtig, dass wir bei Schalke noch nicht wissen, was diese Spieler alle draufhaben. Und es ist auch vollkommen richtig, dass Hertha BSC wahrscheinlich die größte Unbekannte an der ganzen Variante gerade ist. Wir werden sicherlich gleich nur über Hertha sprechen, aber es ist mir total wichtig, das mit einzubringen, dass da aber auch ein neuer Investor dahinter steckt, der 150-prozentig kein zweites Jahr zweite Liga akzeptieren wird. Also wird man möglich machen, dass die sich... Sieht aber derzeit null danach aus, also wenn man sich die Transfers anschaut. Wie gesagt, es ist jetzt wieder anderthalb Wochen alt, aber wenn man sich die Transferpolitik von Hertha anschaut, klar will der kein zweites Jahr zweite Liga, aber sieht nicht so aus, dass er alles möglich machen wird. Also sehe ich nichts von. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Schalke, denn am Ende... Vielleicht im Hintergrund irgendwie, aber... Wüsste ich jetzt nicht. Es gab ja sogar schon wieder Diskussionen darüber, angeblich laut BILD, dass Zahlungen teilweise zu spät eingegangen sind, was die Planung wieder schwieriger gemacht haben soll. ...und das weißt du auch, und das weiß jeder Schalke-Fan, dass sowohl der Aufstieg vor zwei Jahren als auch diese Comeback-Zeit jetzt in der Bundesliga, das hing mit dem Stadion und den Menschen zusammen, die diesen Verein geliebt haben. Und das wird auch in dieser Zweitliga-Song wieder entfacht werden. Das ist natürlich nicht so cool, wenn das so nach außen dargestellt wird, als wenn wir schon wieder der Investoren-Club wären, der hier die meiste Kohle hat. Also wir können das ja mal vergleichen, am Ende der Transferperiode, wie viel Geld wir für Spieler ausgegeben haben im Vergleich zu anderen Klubs und wie viel wir eingenommen haben. Und wird man, glaube ich, sehen, dass das, ja, du siehst es doch, an Leistner, an Dudziak, an Lokoki, da siehst du ja dran, genau was unsere, auch an Palko Dardai, ja, was unser Regal mittlerweile ist, ne? Einigermaßen funktionieren und wenn Terodde einigermaßen das liefert, was er braucht, dann wird Schalke 04 und das ist für mich aber auch keine Diskussion, dass alle drei eine entscheidende Rolle spielen wird, dass überhaupt irgendeiner mitmacht, ist mir schleierhaft. Ich glaube aber schon an Schalke. Tiziana? Boah, ich finde Schalke und Hertha beide ein großes Fragezeichen. Also Hertha noch mehr als Schalke, aber auch bei Schalke, muss ich sagen, kann ich schwer einschätzen. Die kamen jetzt in der Rückrunde in der Bundesliga noch mal richtig gut zurück, aber eben auch durch diesen Kampfeswillen und es hat sich so eine Einheit gebildet, also ich finde es auch schön, dass man eben am Trainer fast gehalten hat und man geht zusammen runter. Das ist auch die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube sogar, wenn Reis am Anfang, ja, bin ich mir fast sicher, wenn Reis am Anfang da gewesen wäre, wären sie vielleicht gar nicht abgestiegen. Das war ja noch relativ knapp und versaut hat man es für meine Begriffe, weil man mit Frank Kramer reingegangen ist. Und das Reis bleibt, war auch so unter den Fans, was ich gelesen habe, eigentlich klar, dass man den halten will. und ja, es ist noch eine gewisse Unbekannte, aber gerade dieses Kämpferische, dieses immer alles geben mit Zuschauern im Rücken, das ist, glaube ich, eine große Stärke für sie. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es direkt gleich wieder hoch geht. No offense. Ich bin noch mal gespannt, ob die mit Polter anfangen oder mit Terodde. Was sagt ihr denn? Also ich habe am Ende das eine oder andere Spiel gesehen, auch was da für eine, ja, man kann schon sagen, Dynamik. Ich habe das Spiel gegen Bremen im Stadion live erlebt. Naja, ich habe auch dann keine Ahnung, ich kann es auch nicht einschätzen, wo Hertha landet. Das war unglaublich, das muss ich auch sagen, nach all den Jahren habe ich selten so eine Explosion gesehen, als der Sieg treten. Terodde, Polter, Polter, Terodde. Unterschiedliche Meinungen hier. Ich meine, Terodde ist natürlich der Zweitliga-Stürmer überhaupt, das muss man einfach sagen. Aber jetzt in dem Alter auch immer noch? Ist der Käpt'n geworden? Na, dann wird es wahrscheinlich Erte-Rodde. Oder Doppelsturm vielleicht am Ende sogar noch. Wir dürfen eins nicht vergessen, die haben schon eine Achse verloren. Also man hat es am Ende gesehen, was, da kann man den Mainzern nur gratulieren mit Sepp Vandenberg, der lange verletzt war, was er denen für eine Stabilität gegeben hat. Sie haben im Zentrum, Union Berlin hat jetzt zugeschlagen mit Alex Kampel, wo ist denn Jens eigentlich? Dass der noch nicht irgendwie bei einem Bundesliga-Schnauf... Ach nee, er ist ja bei Wolfsburg. Jens ist bei Wolfsburg. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also Jens verloren, Tom Kraus verloren, Axel Kral verloren, Salazar verloren, Bülter verloren. Ist schon eine krasse Achse eigentlich, wenn man sich das nochmal so zu Gemüte führt. Und Top, Kraus jetzt nach Mainz hat es auch gut gemacht und vorne mit Marius Bülter. Das haben die alles verloren. Das darf man bei Schalke nicht unterschätzen. Jetzt muss man mal schauen, wie sie das dann am Ende in der zweiten Liga kompensiert bekommen. Ich sehe sie trotzdem ein Stück... Wann reden die denn hier mal über Hertha, Mensch? Als Hertha, weil am Ende da bleibe ich dabei. Schwolo haben sie auch noch verloren, ganz vergessen. über die Bayern geredet, mit dem Theater, was sie letztes Jahr haben. Da sage ich, egal auf welchem Niveau du dich bewegst, diese Unruhe im Klub... Also man könnte schon so sagen eigentlich, würde ich zumindest behaupten, wenn Kempf bleibt, was immer noch die große Unbekannt ist, haben wir auf jeden Fall eine der besten Innenverteidigungen, Kempf und Leistner. Würde ich jetzt mal so behaupten, für das, was ich von Leistner bis jetzt gesehen habe. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber Kempf gehört für mich auf jeden Fall... Vielleicht wäre er sogar der beste Zweitliga-Innenverteidiger, wenn er bleibt. Er überträgt sich auf die Mannschaft, die Mannschaft spürt das. Der Andi Lute kann es vielleicht sagen, auch aus Spielersicht, du merkst das in der Kabine, wenn in diesem Klub etwas nicht stimmt. Und da kriegst du bei Hertha meiner Meinung nach aus der Ferne jetzt nicht das Ding gedreht und sagst, jetzt rocken wir die zweite Liga. Das würde ich jetzt nicht so einschätzen. Bei den ganzen Abgängen, die wir haben und neuen Spielern, das könnte schon sein, dass das Pal Dardai gut hinbekommt. Klar, jetzt ist für Außenstehende erstmal dieser Gersbeck-Ding, aber ich weiß nicht, ob das die Mannschaft so belastet. Er ist ja jetzt erstmal suspendiert. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein absoluter Neuanfang ist. Also diese ganzen Leute, wo wir sagen, die haben nicht die richtige Mentalität und so weiter, die sind ja alle weg. Investor hin oder her und sie haben auch sehr Und Investor, wie gesagt, ist für mich auch Quatsch. Viele Probleme gehabt, um überhaupt die Lizenz zu bekommen. Also da waren viele Themen. Es ist jetzt auch nicht so, dass der nach meinen Informationen vor der Tür steht und sagt, jetzt machen wir mal einen 50 Millionen, 60 Millionen Kader, damit wir wieder zurückkommen. Ja, das stimmt. Insofern glaube ich schon, dass Schalke da einen Schritt weiter ist und Hertha wirklich auch große Probleme hat. Man sieht es jetzt auch, wie Schleppen das teilweise in der Kaderzusammenstellung ist, weil sie auch das große Gut, jetzt ist natürlich noch mal ein bisschen vorangeschritten, muss man sagen. Und es sind ja auch weiterhin noch fünf Wochen, aber weiterhin, der Start könnte natürlich schwer werden. Aber es heißt ja nichts in der zweiten Liga, wie wir heute häufig genug im Knife Talk besprochen haben. Probleme haben, dass sie natürlich auch sehr, sehr viele Großverdiener auch erstmal loswerden müssen. Das ist ganz interessant. Hertha ist so ein bisschen an dem Punkt, wo vor allem Schalke vor zwei Jahren war, als man abgestiegen ist. Absolut. Spieler einfach nicht mal mit ins Trainingslager gekommen, weil man da ganz offensiv sagt, Ja, das ist jetzt halt ein bisschen veraltet, weil wir jetzt so spät darauf reagieren. Müssen die loswerden, weil dieses Geld können wir niemals bezahlen. Ich glaube, bei Toussaint sind es knapp fünf Millionen Euro Netto-Jahresgehalt. Das ist dann schon mal eine andere Haut. Nee, ich glaube, das hat er jetzt mit Piontek verwechselt, aber Netto glaube ich auch nicht. Piontek soll ja angeblich verschiedenste Quellen, aber irgendwie 5,7 verdient haben. Bei Toussaint hieß es ja zuletzt, aber das weiß er anscheinend, auch keiner, weil die ja immer, die Bild schreibt ja auch jedes Mal was anderes, sollen es wohl 3,5 mit Boni, 4,5 aber brutto gewesen sein, aber es ist jetzt auch Haarspalterei am Ende. Wie du es ansprichst, bei Schalke hat man ja jetzt nicht den einen Spieler gehabt, den man jetzt irgendwie unbedingt loswerden musste und wir haben im Vorhinein vor der Sendung gesprochen, das wissen natürlich auch andere Vereine und du wirst wahrscheinlich die Transfererlöse dann irgendwo auch nicht erzählen, oder? Nee, klar, also wir haben ja vor der Sendung glaube ich drüber gesprochen, auf Transfermarkt.de ist nicht so, dass Hertha gerade ein Marktwert von 75 Millionen hat und ich glaube, der HSV ist gerade irgendwie bei 38. Also Hamburg ist die Nummer 2, also es ist doppelt so viel. Hamburg ist die 2 und ist irgendwie die Hälfte, also klar, da gehen auch oder werden auch noch einige gehen, aber ich sehe das genauso wie der Sami, also es ist so viel Chaos gerade bei der Hertha, es ist so... Ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, war es so unruhig wie noch nie. Bei uns ist es immer absolut unruhig. Man hat jetzt gehofft, dass die Unruhe mal aufhört, die hat nicht aufgehört, erst mit dem Lizenz-Ding, dann jetzt mit dem Gersbeck-Ding, aber es ist ja schon deutlich ruhiger im Umfeld geworden, viel weniger Gerüchte und Sachen, die rauskommen. Also, ja, vielleicht sehe ich das jetzt auch durch meine Hertha-Brille, aber ich würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass es so unruhig wie noch nie ist. Also, da gab es, ja, vor einem halben Jahr vielleicht noch, aber es war immer bei uns, die letzten vier Jahre, katastrophal. Gersbeck ja auch suspendiert wurde, im Trainingslager soll er ja handgreiflich geworden sein auf dem Rückweg von, ich glaube, er war da irgendwo zusammen mit ein paar Ultras unterwegs, weil er da eben eine enge Verbindung hat, also das ist auch nochmal... Ach, dass man das immer so mit reinziehen muss, als, naja, egal. Geschichte, du holst... Das ist doch gar nicht, das ist doch, das ist doch eigentlich völlig unerheblich für die Geschichte. Natürlich kann man sich da immer gut drauf stürzen, aber das ist ja für die... Ach, naja, egal. ...der gefeiert wird von den Fans, weil er einer von uns ist, weil er irgendwie zu Hertha zurückkehrt, weil er dann Rückheld sein soll und dann passiert so etwas... Er ist natürlich absoluter Bockmist, muss man einfach so sagen. Das ist natürlich absolute Katastrophe für die Außendarstellung, für die Ruhe, die ja eigentlich da war, dass sie durch sowas wieder zerstört ist, aber gut, wir haben immer irgendwelche Paukenschläge, dann ist es halt mal so ein Paukenschlag. Vielleicht ist es... man hofft einfach, dass es nicht so nah an die Mannschaft rangeht. Absolut eine Unzeit, also das ist schon ein bisschen Schalke-like vor zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Mittlerweile ist Schalke ja ruhig, aber wir haben ja auch andere Zeiten bei Schalke erlebt. Frag mal den Ralle. Frag mal den Ralle. Digga, hol dir den raus. Genau, es zählt immer die nächste Pass. Wer hat das gesagt? Jetzt hier Wahnsinn. Naja, auch die jungen Spieler, muss man ja sagen. Viele von denen haben bisher nur Regionalliga gespielt, also da sind auch ganz viele Unbekannte erst mal. Das würde ich aber eher als einen Vorteil sehen eigentlich, weil es sind ja jetzt... Es fußt ja nicht extrem da drauf. Wir haben jetzt... Klar, im zentralen, defensiven Mittelfeld sieht es derzeit noch so aus, aber ich glaube nicht, dass es über die gesamte Saison so bleibt. Aber gerade wenn du jetzt an so einem Maser, Scherhand, Maser ist jetzt verletzt, aber Benze und Dardai und so denkst, das sind ja eher Leute, die man mit reinwirft. Das ist ja eher was Positives. Es ist ja nicht so, dass man sagt, die müssen jetzt funktionieren. Im Moment sieht es noch so aus im zentralen, defensiven Mittelfeld, aber ich bin mir sicher, dass man da noch was macht. Das kann funktionieren, aber das muss ja auch nicht funktionieren. Also ich finde, bei Hertha ist alles drin. Das kann direkt der Wiederaufstieg bis zu 10. Platz oder so. Also wer weiß das schon. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo die Duba gesprochen haben, ist aber auch so. Ich würde es jetzt auch, wie gesagt, ich traue mich da auch keine Prognose abzugeben. Eben, wenn sie die Spieler nicht losbekommen, dann haben sie ein richtig großes Problem. Und ich glaube, wie du es gerade schon gesagt hast, 7-7-7, klar haben die Interesse daran, dass Hertha relativ schnell wieder hochgeht, aber die pumpen da jetzt auch nicht ohne Ende rein, denn man weiß, wie viel Geld Hertha in den letzten Jahren verbrannt hat. Ja, aber wenn sie 20 reinpumpen, was in der Bundesliga ein Tropfen auf den Stein wäre, würde... Never ever, werden wir nicht machen. Werden wir nicht machen. Damit die zweite Liga auf links drehen. Selbst mit 10 Millionen würdest du die auf links drehen. Ich glaube schon, dass da noch... Ich glaube, da haben sie sich nicht genug informiert. Also wer weiß, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht kommt auch noch so eine Transferoffensive, aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Ich glaube, dass wir höchstens eben nochmal vielleicht ganz gut Einnahmen irgendwie erzielen können und dann eben clevere Transfers machen, wenn es ein Karbovnik oder ein Demme sein sollte, aber 10, 20 Millionen, wie kommen die darauf, dass wir das investieren können? Ein Gewicht drin ist, was man nicht unterschätzen darf, dass diese Stadt und dieser Investor diesen Verein nicht in der zweiten Liga haben wird. Aber glaubst du dann, dass die jetzt noch in den letzten Wochen der Transferphase jetzt richtig abgehen und nochmal richtige Stars ranholen? Wir haben noch sechs Wochen Transferphase. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass die Mannschaft, die jetzt am ersten Spieltag spielt, die Mannschaft ist, die... Ja, ja, safe. Aber das stimmt natürlich. Selbst wenn wir 100 Millionen kriegen würden, keine Transfers tätigen, wir müssen liquide werden. Absolut. Wir sind gerade in einem absoluten... Es wird ja so oft gesagt, wir sind in so einem krassen Konsolidierungsprozess. Also, ja. Da wird sich auch jeder vorhüten. Selbst wenn wir jetzt Geld zur Verfügung hätten, wieder fünf Millionen für einen Spieler auszugeben, der dann auch ein entsprechendes Gehalt natürlich hat. Halbserie da stehen wird. Weil, mit einem anderen habt ihr ja vollkommen recht. Und wenn das so aussieht, dann wird der Hertha BSC Sechster, Siebter. Und dann, dann möchte ich aber nicht in diesem Verein stecken. Wir haben über Transfers gesprochen. Diego Demme ist ja auch ein Spieler, der wirklich, also mehr als nur Zweitliganiveau hat, schon auf dem Weg. Der kommt ja dahin. Und wenn es denn passieren soll, der... Ich hoffe, er hat recht. Da sah es aber auch noch danach aus. Ja, so ein leichter Kaugummi-Transfer. Das ist ja dann sofort der beste zentrale Mittelfeldspieler der zweiten Liga für mich. Also du merkst ja schon, dass Hertha dann nochmal ein Regal höher greifen kann, was die finanziellen Mittel angeht. Nö, das stimmt ja auch nicht so ganz, weil, deswegen, sonst wäre er ja schon da. Gut, zu dem Zeitpunkt dachte man auch, der wird jeden Moment kommen. Aber die Ablösesumme war ja die ganze Zeit im Gespräch, dass wir da ganz wenig zahlen und auch, dass er nicht so unfassbar viel Gehalt bekommt. Das ist eher dann Überzeugungsarbeit dieses Mal. Also anders, als es Hertha die letzten vier Jahre gemacht hat. Trotz dieser ganzen Spieler, die sie noch loswerden müssen, als zum Beispiel Schalke und Hamburg. Sam, du wolltest glaube ich was sagen. Also zu Diego, das ist sicherlich auch einer von diesen Mentalitätsspielern, der dieser Mannschaft gut tun wird. Aber wenn du natürlich so spät Transfers machst und in diesem gesamten unruhigen Umfeld, also die zweite Liga ist extremst ausgeglichen, auch in den letzten Jahren gewesen. Und da ist es schon wichtig, dass du eine eingespielte Mannschaft hast. Und du brauchst, es ist wie ein Marathon und wenn wir über Schalke reden, als sie damals aufgestiegen sind, sie sind auch schlecht gestartet und man darf nicht vergessen, dass Schalke die letzten sieben und Bremen auch in Folge gewonnen hat. Wenn das nicht passiert wäre, wäre Schalke mutmaßlich auch nicht direkt zurückgekommen. Das heißt, dass das, genau, das heißt, die Frage wird sein, dadurch, wenn sie so spät die Transfers machen, was passiert eigentlich in der Hinserie? Wie viel Rückstand haben sie? Ja, das stimmt schon. Ausgehen kann auch mit der Qualität, da brauchst du das nötige Quäntchen Glück, das hat Schalke dann gehabt, dass du unter Mike Büsken sieben Spiele in Folge gewinnst. Sonst wäre Schalke auch nicht direkt zurückgekehrt damals. Und deswegen glaube ich... Meinst du, Goldmann, dass Hertha immer noch am höchsten greifen kann? Wie gesagt, meinst du, wir werden es ja bei so einem Karbovnik-Transfer sehen, wenn der dann doch zu Hamburg geht oder zu Hertha, meinst du nicht, dass Hamburg da schon liquider ist als wir? Würde ich so von außen einschätzen? Ich... Ist es wirklich nicht zu unterschätzen? Ja, müssen wir Benni nerven, dass er mich da mal ins Gespräch bringt hier bei Ed Brodsky. Gerne. Berlin passiert, aber das wäre sicherlich für Hertha B. Aber zu anderen Vereinen habe ich natürlich auch nicht so, dass ich mich da so intensiv beschäftige wie mit Hertha. Wobei auch schon, aber kann natürlich immer passieren, dass man dann nicht so tief... Also, es ist natürlich auch immer schwierig für Leute, die dann da sitzen, die dann zu Sachen gefragt werden, wo sie sich vielleicht einfach nicht so viel mit beschäftigt haben wie mit dem Verein, von dem sie Fan sind oder so. Hier Berlin, ein absoluter Top-Transfer. Dann lass uns doch mal eine Top-3 aufstellen. 1, 2, 3, zweite Liga. Jetzt aus dem Bauch heraus. Du fängst an. Ich moderiere das Ding. Ach, ich mache gar nichts. Das heißt aber, dass du sagst, dass sie nicht aufsteigen. Und das willst du nicht sagen. Schalke, Hamburg, Hertha. Schalke, Hamburg, Hertha, ja. 1, 2, 3. Ja, soll ich jetzt oder was? Ja. Kaiserslautern musst du jetzt sagen. Wir mussten ja noch mal über Kaiserslautern reden. Ja, das machen wir danach. Ich sage Hamburg als Erster, das ist für mich klar. Und dann sage ich Schalke und Lautern spielt. Ja, also was spricht dafür, außer wenn die einfach so einen krassen Run haben und als Mannschaft geschlossen stehen, aber was steht so krass dafür, dass die alle auf Kaiserslautern setzen? Also es erschließt sich mir einfach nicht so krass irgendwie, dass man die da, also ich meine, wir haben noch Hannover, wir haben St. Pauli, wir haben, was sie ja selber gesagt haben, Paderborn, Düsseldorf. Also sehe ich irgendwie mit dem Kader und der Rückrunde irgendwie gar nicht. Ohne gegen Augsburg. Und dann brennt der Betze. Und gewinnen, weil du ja eben gesagt hast, dass Augsburg absteigt. Samir versteht's. Das war eine Hanebüchen. Könnt ihr Tipico setzen, wenn ihr wollt. Ich habe mich schon aus dem Herzen gelehnt, dass der HSV drin ist. Wie gesagt, ich habe Lautern auf 15 getippt. Vielleicht nicht falsch, aber also würde ich niemals denken, dass die auf 3 gehen. Ja, deren Fans, klar, ist eine gute Heimstätte, aber es gibt viele Mannschaften, die eine gute Heimstätte haben in der zweiten Liga. Obwohl ich sie in der ersten Liga haben möchte. Deswegen bin ich bei Schalke, Hertha, Hamburg. Ich gehe mit Patrick, nur mit dem Unterschied, dass Augsburg natürlich nicht absteigt. Denn das wäre für mich wirklich traurig. Mein Opa war lauterer und ich bin Augsburg-Fan. Also diese Kombi möchte ich nicht sehen. Ja, HSV habe ich mich ja eben schon festgelegt. Schalke und Platz 3 St. Pauli. Die haben eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt. Ich glaube, wenn sie jetzt noch den einen oder anderen schlauen Transfer machen, was... Ich glaube, die brauchen noch einen Stürmer, oder? St. Pauli? Oder wen haben sie da jetzt geholt? St. Pauli, Kader. Da bin ich auch wirklich sehr auf Hürzela gespannt, wie er das jetzt macht, wenn er eine gesamte Vorbereitung hat. War das eine Eintagsfliege mit diesen zehn siegenden Folgen oder geht es jetzt richtig ab bei St. Pauli? Haben natürlich mit Daschner und Pacarada wirklich wichtige Spieler verloren. So, sie haben im Sturm Johannes Eggestein, Maurides ist verletzt, Etienne Amenido und Andreas Albers. Da wage ich keine Prognose. Goldmann sieht Pauli sogar auf Platz 1. Krass. Was ich dem Andreas Bornemann und seinem Team durchaus zutraue, dann wie eine sehr, sehr gute Mannschaft. Gleich gibt es aber auch eine Riesenparty und beide Hamburger steigen direkt auf bei der Hamburger Feinde. Das wäre was, ey. Das wäre mein Tipp. Hamburger Doppelaufstieg und Schalke spielt Relegation. Ja, was mit Lautern? Lautern bleibt in der Liga. Das habe ich auch gesagt. Was ist denn euer Ziel? Habt ihr euch doch bestimmt zusammengesetzt und mal was formuliert? Tabellenplatz 9 in der letzten Saison? Hinrunden Vierter? Ja, selbst wenn das so wäre, ich würde es dir natürlich nicht sagen, was wir da besprochen haben. Schade, ich habe dich eigentlich dafür eingeladen. Nein, jetzt mal im Ernst. Lautern kommt aus einer ganz, ganz schweren Phase. Dritte Liga, fast in die vierte Liga abgestiegen. Der Verein stand vor dem absoluten K.O. und dass du jetzt letztes Jahr so früh gesichert warst, das ist absolut herausragend. Und ich glaube, dass man den Weg einfach weitergehen muss. Und ich glaube, wir sind auch gut damit beraten, tief zu stapeln. Ich persönlich werde lieber Ne, Burgstaller ist schon nicht mehr bei Pauli. Unterschätzt als überschätzt und ich weiß, dass jeder Lautern-Fan irgendwann wieder davon träumt, Betzenberg, Bundesliga und so weiter, keine Frage. Würde man den ja auch total gönnen, aber sehe ich einfach nicht. Ich glaube, da sind wir noch drei, vier Jahre zu früh. Und nicht, wenn wir in der Saison auch in der zweiten Liga sind. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Kaiserslautern, gefestigt in der zweiten Bundesliga. Perfekt. Okay, haben wir es auch gesehen. Ja, ich schmeiße euch den Link rein. Wie gesagt, ein paar Sachen sehe ich auf jeden Fall anders bei Hertha als die Runde. Ja, ich hoffe einfach nur, dass nicht wieder dieses Bild entsteht in der Öffentlichkeit. Wir haben ja die große Kohle. Wenn wir doch aufsteigen sollten, die sind nur wegen der Kohle aufgestiegen oder wenn wir nicht aufsteigen, die hatten die ganzen Kohlen und sind trotzdem nicht aufgestiegen. Aber ist ja auch egal, was andere sagen. Aber das werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal. juillet això,